Hallo und herzlich willkommen zurück zu Halb Minuten Hero mit Maru. Ich bin Maru und ich wollte doch mal ein paar von den Sachen, die ich letztes ausgelassen habe, machen. Zum Beispiel hier den Seitenweg finden. Natürlich darf ich hier fast alles nicht mitnehmen, was ich mitgenommen habe. Äh, ne. Hier ist man ja noch ganz am dran. So, ich werde vielleicht die einzelnen Sachen auseinanderschneiden müssen, weil, äh, vielleicht mehrere andere brauchen, um irgendwas zu schaffen, was extra ist. Das werden wir dann sehen. Ähm, ich würde sagen, fangen wir doch an. So. Also, müssen wir das machen, um das Feuer zu löschen? Ach ja, okay. So, einmal rauf. Oh. Einen kann ich noch? Nein, lieber nicht. Also, wir müssen eh kaufeln, die Axt. So. Ich muss noch ein bisschen mehr trainieren, weil wir jetzt keine Hilfe haben. So. Zeit zurückdrehen. Eilen. Und los geht's zum Boss. So, und ich hole mal jetzt hier. Und dann haben wir ihn. Also, ich werde jetzt nicht diese, ähm, Achievement wahrscheinlich machen, wenn es sich vermeiden lässt. Weil, ich hab meist einfach keine Ahnung. Ähm, obwohl er nicht in der Lage war, den Wald zu retten, hat Maru es trotzdem geschafft, den bösen Lord zu besiegen. Oh. 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 Also, okay. Dann lesen wir aus dem Merkuliff. Oh, jetzt können wir ja, wir können auch unten rumlaufen, ne? Okay. Also, können wir ja entweder oben rum oder unten rum, aber unten geht's nicht weiter, deswegen gehen wir doch mal unten lang dann. Ah. Also, können wir dann zwei Wege. Gut. Ähm, Bakelava, das können wir noch machen. Jetzt kann man wieder nichts nutzen. So. Das wird ja einfach ne Füllfolge, sozusagen. Ja. Das ist der, der möchte, dass ich... Ja genau. Okay. Okay. Ein Hall Fährt kostet 220. Okay. Schön lange her. Das ist der Font Dana. Da muss ich nicht noch mehr . Ja. Aber die ersten gekauft gehabt und muss das Schild noch holen, ne? Zeit zurückdrehen Und das Schild besorgen Jetzt fett ich mich aber auch nach Ich brauche aber Geld, um zu kämpfen Zurückdrehen Heilen Und ab geht's Du bist hier Da war sie weg Dann kann man die Keule bekommen Dann speichern wir das wieder Zeitlich müssen wir noch ein bisschen übrig haben Hier habe ich auch noch neid Den Ohrentrompeter soll ich mitnehmen, hat mir einer gesagt Also machen wir das doch, ne? Ach genau, der wird sein Medaillon haben So, hier kostet es noch nichts zum heilen Wunderbar Dann müssen wir das doch Dann müssen wir das doch Oh ja, oh Ja, jetzt hätte er mich vergessen natürlich So, jetzt können wir in die Höhle gehen und uns den Diamantenröhlen Da können wir uns jetzt den Typen schnappen Oh, ja komm, verdruckdrehen Auch nochmal sicher gehen Kielen Kielen So, diesmal nehme ich auch wirklich das Boot Okay Das ist das Boobensport haben wir jetzt Also komm ich denn da unten raus Das wird jetzt überhaupt keinen Sinn Na egal Heilen Heilen Und los geht's Neum Ah Ha 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 One hit Einfach one hit So Und wenn wir das Schild bekommen. Ein wunderbarer Held. So, alle Waffen geholt, die wir holen können. Das sieht doch schon besser aus. So, wir haben die Ohren rückgeschlagen, aber der Rest ist das Gleiche. So, das sind Sachen, die mich wirklich interessieren hier hinten. Wir haben ja das gemacht, das einer. Ich glaube, Rot sind die, die wir abgeschlossen haben. Gäste nicht, wo noch was fehlen. Egal. Den Rest sehen wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin. Tschüss.